Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer zweiten langen US-Nacht auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten am 8. November. In etwa 15 Minuten treffen die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten in einem Fernsehduell aufeinander. Und ich begrüße zur Begleitung dieser Debatte herzlich im Studio zum einen Eric Kirschbaum von Reuters und der Los Angeles Times, ein geschätzter Kollege von uns aus Berlin angereist, genauso wie Professor Christian Lammert von der FU Berlin, Politikwissenschaftler dort. Herzlichen Dank fürs Kommen. Wir haben ausreichend Gelegenheit, vor und nach der Debatte in die Analyse zu gehen. Die Debatte an der Longwood-Universität in Farmville, Virginia, ist die erste und einzige zwischen dem Demokraten Tim Kaine und dem Republikaner Mike Pence. Beide gelten als erfahrene Politiker, schildernde Persönlichkeiten sind sie aber nicht. Kane hat dabei einen leichten Heimvorteil. Der 58-Jährige vertritt Virginia im Senat und war früher Gouverneur des Bundesstaates. Der 57-Jährige Pence ist aktuell Gouverneur von Indiana. Beide standen im Wahlkampf bislang im Schatten ihrer Chefs und dürften auch in der Debatte hauptsächlich mit Fragen zu deren Politik konfrontiert werden. Pence könnte dabei eher in der Defensive sein, da die Nachrichten in den vergangenen Tagen von Trumps Steuererklärung beherrscht wurden. Allerdings könnte gerade in Farmville die Kritik der Republikaner an internationalen Handelsverträgen wie beispielsweise TTIP auf fruchtbaren Boden fallen. In der Region mussten etliche Fabriken schließen. Kane dürfte dagegen Clintons Erfahrungen unterstreichen und Trump vorwerfen, Politik für die Reichen zu betreiben. Für den genannten Milliardär war es eh keine gute Woche seit dem Duell mit Hillary Clinton, wie Irgut Zamperoni zu berichten weiß. Er schaffte es immer wieder, für Schlagzeilen zu sorgen, selbst mit dem Rücken zur Wand. Eric Kirschbaum, hatte er wirklich eine schlimme Woche, so wie es der Kollege Zamperoni skizziert hat? Oder unterstreicht das nur seine Rolle in diesem Präsidentschaftswahlkampf? Ja, Trump hat schlechte Wochen, dann hat er wieder eine gute Woche, gute Phasen und schlechte Phasen. Aber diese Steuergeschichte ist schon verheerend, vor allem für diese Wechselwähler in der Mitte. Das kommt nicht so gut an, glaube ich, bei den Leuten, die für ganz wenig Geld arbeiten, trotzdem eine Menge Steuer abzahlen. Und dann zu lesen, dass dieser Billionär 20 Jahre lang so gut wie keine Steuer gezahlt hat, das ist wirklich verheerend für Trump. Und er hat das gar nicht dementiert, so das heißt... Es war ja legal, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, aber das macht das nicht für die Wähler in der Mitte richtig. Und da hat er richtig ein Problem, vor allem diese Wähler in den Swing States, wie wir darüber reden, Virginia und so weiter, wo dieses Debate stattfindet. Das ist wirklich keine gute Nachricht für Trump. Und seit acht Tagen ist er da in diese Swing States abgerutscht und es ist kein Wunder. Es wird ja nicht nur die Präsidentschaftswahl stattfinden, sondern auch etliche Senat- und Repräsentantenhauswahlen. Was heißt das jetzt für die Stimmung? Er hat das Duell verloren, nach Expertenmeinung offensichtlich auch bei den geneigten Wählern. Aber wie ist gerade so die Gefühlslage? Und dann kommt noch diese Steuernachricht. Ja, also man muss wirklich vorsichtig sein. Er geht in Umfragen hoch und runter. Wir haben das nach den Parteitagen auch gesehen. Da ist Hillary Clinton auch davon gezogen. Da haben schon viele gesagt, die Wahl ist gelaufen. Dann hat Trump sein Wahlkampfteam so ein bisschen umgestellt, hat sich zurückgenommen und dann hat er prompt wieder aufgeholt. Aber ob er das jetzt verdauen wird, was jetzt so passiert, die Debatte? Also man spricht ja immer vom Oktober-Surprise, dass noch was passiert vor den Wahlen. Es sieht ja fast so aus, als wäre Trump wirklich das Oktober-Surprise, wenn er sich nicht zurücknimmt. Also wenn er es wirklich nicht schafft, seine Botschaft zu kontrollieren, sich ein bisschen zurückzunehmen, präsidentiell zu wirken, dann, glaube ich, wird mit den weiteren Debatten kaum noch eine Chance sein, dass er den Rückstand gegenüber Clinton aufholen kann. Was heißt das für Hillary Clinton, die ja nicht fehlerfrei geblieben ist? Und das heißt ja, da kommt noch was. Julian Assange hat sogar angekündigt, dass er irgendwas veröffentlicht würde, was schlecht für Hillary Clinton sei oder was die Wahrheit über sie erzählen würde. Jetzt ist es heute eher bei dieser Ankündigung geblieben. Wie muss sie sich verhalten in einer derartigen Wahlkampfphase, wo der Gegner so sehr unter Druck steht? Ja, sie hat sich sehr gut vorbereitet für diese letzte Debatte und das kam auch gut bei den Wählern an, die wollen einen Präsident haben, der gut vorbereitet ist. Und nicht einer wie Trump, der um drei Uhr in der Früh aufsteht und Twitter-Botschaften in die Welt schickt und so. Wenn Trump das macht, wenn Trump Trump ist, hat er keine Chance. Trump hat eine gute Phase gehabt die letzten Wochen, weil er disziplinierter war. Er hat von seinen Wahlkampfmanagers aufgepasst, er hat seinen Mund gehalten, er hat nicht so viel getwittert. Jetzt fing er an, macht er ein Debate, um drei Uhr in der Früh steht er auf und er schreibt so einen Müll gegen Clinton und so. Und das macht ihn wieder kaputt. Er hat seine Eigentur, er stellt sich selbst ein Bein mit seinem Twitter und seiner Loose-Cannon-Mentalität. Das tut ihm nicht gut, Clinton kann auch Fehler machen. Aber wenn Trump mehr Fehler macht wie das, dann wird es eng für ihn sein. Was haben wir von Mike Pence heute zu erwarten mit all seinen Erfahrungen? Ja, für ihn wird es schwierig, weil er muss so einen Spagat hinbekommen. Auf der einen Seite wird er sicherlich Trump verteidigen müssen, was ihm manchmal schwerfällt, weil er programmatisch auch nicht unbedingt immer auf der Linie von Donald Trump liegt. Und manchmal auch mit der Art und Weise, wie... Klimawandel gerade in letzter Zeit. Genau. Aber auch Fragen Abtreibung, da sind große Unterschiede zwischen den beiden. Da bin ich mal gespannt, wie er das hinkriegt, Trump zu verteidigen und gleichzeitig diese Position zu machen. Also er muss Trump verteidigen, aber gleichzeitig auch offensiv Cain angehen, weil die Republikaner müssen aus der Defensive jetzt wieder rauskommen und müssen punkten. Und das wird für ihn, glaube ich, ganz schwierig. Aber er ist bekannt dafür, dass er sich gut vorbereitet. Er macht das schon seit Wochen. Und er ist ein absoluter Profi. Sie haben ja schon gesagt, wie lange er jetzt schon im Business ist. Also man kann ihm das zutrauen. Auf der anderen Seite ist Cain aber auch ein Profi und er hat sich auch vorbereitet und wird das wahrscheinlich auch kontern können. Als Donald Trump seinen Running Mate, wie man so schön sagt, aussuchte, waren viele Namen im Raum, aber wenig vom richtig republikanischen Establishment, weil alle ihn ja nur mit Samthandschuhen anfassten. Oder beziehungsweise das Gegenteil davon eher Mike Pence. War das eine Überraschung, Eric Kirschbach? Ja, schon eine Überraschung. Erstens, weil Indiana ein Republican-State ist. Er hat überhaupt keine Pluspunkte mit Indiana. Das ist sowieso Republican, während Virginia für Clinton ein sehr wichtiges Swing-State ist. Clinton hat da einen Vorteil. Und Pence ist ein religiöser Mensch. Der wird die evangelische Stimmung vielleicht ein bisschen gut tun. Aber es war schon eine Überraschung. Und wie erwähnt, er ist ein Gegenstück von Trump. Die passen nicht zusammen mit vielen Ideen. Und auch was Interessant mit Pence, er macht keine negative Werbung. Keine negative Kampagne, seit er den ersten Wahlkampf in den Hosen ging. Und Trump braucht eigentlich ein bisschen Zeit. Das ist das Einzige, was er macht. Negative Campaigning. Genau. Und er hat wirklich eine schwierige Aufgabe heute. Er muss probieren, Trump wieder nach oben zu bringen und trotzdem nicht blöd ausschauen. Aber wenn es gelingt, wenn es Pence gelingt, der könnte gleich der mögliche nächste Präsident-Kandidatin der Republikaner. Wenn er heute glänzt, das ist wirklich seine Chance. Das ist das wichtigste Abend seines Lebens als Politiker wahrscheinlich. Wenn er es gut macht, kann er wirklich einer der führenden Republikaner sein die nächsten vier oder acht Jahre. Das Ganze von abgesehen, Stände, ja auch sollte Trump Präsident werden. Dann im Vorjahr, wenn Donald Trump, aus was für Gründen auch immer, er ist jetzt 70, nicht mehr zur Verfügung Stände während der Abtzeit, dann wäre er automatisch der Nachfolger. Kommen wir zur demokratischen Seite. Sie haben ihn angesprochen. Tim Kaine. Er war der Kandidat, den Hillary Clinton sich direkt vor dem Parteitag in Philadelphia aussuchte. Das war, wie gesagt, unmittelbar nach den Republikanern. Auch da gab es viel Diskussion, wer es werden könnte. Elizabeth Warren vom sehr linken Flügel war im Gespräch. Aber da war wohl das Problem, dass es sich um zwei Frauen handeln würde. Und eines war klar, mit der Wahl müssten vor allen Dingen die Anhänger von Bernie Sanders eingefangen werden. Professor Lammert, Tim Kaine wird so nach seiner Wahl oder nach seiner Auswahl, muss man ja genauer sagen, sozusagen als der Verkauf, der die Sanders-Anhänger ins Lager holen könnte für Clinton. Aber das entspricht ja eigentlich nicht seiner politischen Karriere. Nee, dafür ist er auch, glaube ich, nicht bekannt genug gewesen, dass er gerade bei den jungen Wählern, bei denen Bernie Sanders ja gut ankam, als Ersatzfigur herhalten kann. Die Leute müssen sich jetzt erst mal mit ihm vertraut machen. Und ich glaube, vom politischen Profil her bedient er schon den progressiven Flügel. Und deswegen, denke ich, war das auch eine sehr gute Wahl von der Clinton-Kampagne, ihn auszuwählen. Nicht nur, weil er den Swing State vielleicht bringen kann, sondern auch, weil er das abdeckt, was Hillary Clinton eben fehlt. Die Begeisterung bei den jüngeren Wählern und vor allem beim linken Flügel der eigenen Partei. Wie ist es mit seiner Glaubwürdigkeit? Ja, ich glaube, das ist kein Problem. Ein Gewinnertipp hat ja noch keine Wahl verloren. Genau, das betont sie auch. Aber ich glaube, die Chemie war wichtig für Clinton. Sie hat nicht nur x-beliebige Politiker ausgewählt, damit es gut ankommt, sondern die Chemie hat gestimmt mit Clinton. Und das ist für sie wichtig. Die Rolle der Präsidenten ist immer wichtiger geworden. Seit Dick Cheney und Al Gore war der Vizepräsident eigentlich ein wichtiger Komponent des Kabinetts. Clinton war lange Außenminister. Sie weiß, wie wichtig diese Kabinettstimmung ist. Und sie wollte jemanden da haben, mit dem sie gut zusammenarbeiten könnte, nicht nur einen guten Wahlkampf machen würde. Tim Kaine hat, ich blicke immer mit einem Auge übrigens auf das, was sich dort an der Longwood-Universität tut. Das sind wenige Sekunden, dann ist es dort Ortszeit 9 Uhr. Und dann müsste es eigentlich losgehen bei der letzten Debatte, der zwischen Trump und Clinton. Da verzögerte sich das Ganze ein bisschen. Das kann damit zusammenhängen, dass in den großen Networks in den Vereinigten Staaten dann noch Werbung läuft. So dramatisch das ist. Aber Sie sehen ja das Live-Bild. Wir verpassen in der Sache nichts. Hillary Clinton hat trotz der Erfolge jetzt immer noch ein wahnsinniges Glaubwürdigkeitsproblem. Jetzt haben Sie gerade erläutert, dass Tim Kaine eigentlich für Glaubwürdigkeit spricht. Trotzdem, was muss sie noch leisten, damit sie definitiv den Sack zumachen kann? Zwei Duelle gibt es ja noch. Also sie muss eigentlich so weitermachen, wie sie es im ersten Duell gemacht hat. Sie darf keine Fehler machen. Sie muss sich weiter gut vorbereitet zeigen. Sie muss weiterhin, und das ist in dieser Logik der Wahlkämpfer und gerade in diesem auch so wichtig, sie muss gesund wirken. Also sie darf sich da keinen Aussetzer wie bei den Gedenkveranstaltungen zu 9-11 mehr leisten. Dann kommen die Verschwörungstheorien wieder hoch und das gibt dann wieder so einen Spin in der Berichterstattung, der negativ wäre. Ich wünsche mir allerdings, dass sie ein bisschen mehr aus der Defensive rausgeht. Nicht nur immer auf Fehler von Trump wartet, sondern stärker auch ein eigenes programmatisches Profil in den beiden kommenden Debatten mal vorstellt. Ich glaube, das würde auch bei der eigenen Basis und bei den Wählern der Demokraten gut ankommen. Gerade sensibles Thema die Außenpolitik. Die Russen tanzen den Amerikanern in der Syrien-Frage auf der Nase rum, machen das, was ihnen gefällt. Jetzt haben die Amerikaner die Gespräche aufgekündigt. Wie viel Außenpolitik spielt in dieser Entscheidung der letzten vier Wochen eine Rolle? Ganz wenig eigentlich. Die Amerikaner gucken überhaupt nicht auf das Ausland. Aber ihnen geht es finanziell ja gut. Trotzdem. Ja, genau. Die gucken auf die inländische Politik. Außenpolitik ist nur Handelsabkommen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist natürlich wichtig. Aber Außenpolitik ist an und für sich überhaupt kein Thema für die Amerikaner. Es sei denn, irgendwas ganz Großes passieren sollte. Aber die Amerikaner haben nach zwei Kriegen, unentschiedene Kriege, jetzt keine besondere Lust auf Außenpolitik. Und das ist kein Gewinnerthema. Aber jetzt geht es ihnen wirtschaftlich ja gut. Die Arbeitslosenzahlen sind niedrig. Das heißt, diese Am-Reich-Frage, stellt die sich? Ja, natürlich. Es geht nicht nur um die Arbeitslosigkeit. Es geht um, viele Leute haben viel schlechter bezahlte Jobs als vor 10, 20 Jahren. Und das ist, wo Trump so viel punkten kann. Er kann diese Leute ansprechen in diesen Rust-Belt-Staten wie Michigan und Wisconsin. Da kommt er gut an mit seinem Krieg gegen Handelsabkommen von Obama und so weiter und so fort. Und da ist es, wo Trump Pluspunkte sammeln kann. Das heißt, sie muss ihn auch darstellen oder gibt sie die Staaten, der Rust-Belt ist ja gerade angesprochen, gibt sie die ein Stück weit schon weg und konzentriert sich tatsächlich darauf. Weil demografisch heißt es ja, dass sie eigentlich eine 80-Prozent-Chance hat, diese Wahlen zu gewinnen. Weil er eben in den, sagen wir mal, in den Staaten, wo nicht so viele Wahlmänner dann zur Verfügung stehen, vorne liegt. Aber in den anderen hat sie einfach zahlenmäßig die Hand drauf. Das heißt, worauf wird sie sich konzentrieren? Eben doch nur auf die sogenannten Swing-States? Ja, das ist ganz vernünftig, wenn man das macht. Wenn man weiß, dass in den Swing-States oder Battleground-States die Wahlen gewonnen werden, dann werden die meisten Ressourcen da investiert. Da findet der Wahlkampf statt, während in Staaten wie Kalifornien kaum Wahlkampf stattfindet. Da wissen die Demokraten, dass sie gewinnen. Aber ich glaube, hier ist auch das Problem von Hillary Clinton, gerade bei der Handelspolitik, Freihandelspolitik. Das hat man auch in der ersten Debatte gesehen. Da war sie am Anfang sehr in der Defensive. Da kam Trump sehr gut aggressiv raus und hat sie mit ihrer vorherigen positiven Einstellung zu Freihandel in die Ecke getrieben. Ich muss unterbrechen. Tut mir leid, es geht los.